Ich war Isis und ich bin die Schlangenzertreterin in diesem Leben. Ja, das ist Luzifer, wir machen das in den Lüften. Das fängt da an, wo der kleine Finger aufhört. Das ist alles Luft. Ich habe viel Hilfe dafür, dann immer wieder mal nicht. Das ist so, das war bei Jesus genauso. Unser Weg ist sehr hart. Bald kommen wir. Ich freue mich darauf. Ich freue mich auf Sie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020